Du wirst nicht wissen, die Kraft der schwarzen Seite. Okay, sehr schön. Die Kanone ist so geil, wenn man die abmontieren könnte. Oh man, da wäre ich richtig glücklich. Ich wäre so glücklich. Man braucht ja kaum Ziele damit, da bist du ja schon gut dabei. Oh nein! Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Autsch. Oh oh, was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Oh man, stimmt, da war ja was, ey. Oh, jetzt voll die verkehrte Steuerung. Ey, ist das eklig. Wenn man vorwärts laufen will, muss man... Oh Gott. Rückwärts drücken? Scheiße. Ey, lass meinen Arm hier! Das ist kein Steckchen. Da klaut er mir den rechten Arm, den brauche ich doch für einsame Nächte, Mensch. Scheiße, ey. Ja, ja, leck meine Eier. Ne, lass mal. Wir haben ja gesehen, was vorhin auf dem Klo passiert ist, ey. Ne, ne. Oh, ist das eklig mit der Steuerung. Oh Mann. Komm jetzt. Schön. Gib her jetzt hier. Zieh dich nicht so. Und, oh. Hier geht's. Und, oh. Much better. Good boy. Oh ja, good doggy. Good job, wow wow. Good job, good job. Das richtig, Sid. Ha, now to fight in the X-Face. Oh, you know. Bro, spread out. He's gotta be down here somewhere. Aber echt mal das Knacken vorhin, ey, wo er sich den Kopf wieder eingerenkt hat, ist so eklig, ey. Ich hab da so'n Kumpel, der das ab und zu macht und, ähm, ja. Ich hab da immer so ein bisschen Angst, dass er sich selbst das Genick brächte, ey. Oh Gott. Also Leute, die hier mit ihren Genick knacken oder mit ihren Händen knacken können, ey, das ist ja nicht so mein Ding. Aber naja. Ich mein, ich kenn das teilweise selber. Man muss halt ab und zu mal mit seinen Daumen knacken, das ist bei mir. Mit der Schmerz so ein bisschen verschwindet, aber manche machen uns ja irgendwie just for fun. Aber na gut. Na gut. So, wieder ein bisschen sneaky sneaky. Und die Zone ist voll. Kann man die auf... Nee. Kann man hier ran? Nein. Ja, ist ja gut, noch ist hier keiner hier. Brauchst du noch nicht sneaken hier. Sneaken ist für Weicheier. Na gut, wollen wir es mal einmal durchziehen, oder? Sieht er mich? Okay. War jetzt nicht so geplant, aber egal. So, da ist er schon down. Wollte erst mal gucken, ob man hier noch was looten kann, aber an sich ist glaube ich nichts mehr hier, oder? Ja, hier ist coming. Es ist wie ein Kind der Genosien-Prisis. Prisis? Ich konnte einen Blurb über das lesen, bevor jemand das Highmoon-Skripte aufbaut. Hey, das war kathartisch. Ich weiß nicht, warum wir immer noch versuchen, diesen schuldigen Skript zu folgen. Das ist, was wir gemacht haben? Was auch immer. Neues Skript. Schau dir die Welt, die Weltkriege in der Fall-Medley. Liebe uns mit uns. So, war hier noch was? Ich muss kurz mal gucken, habe ich was übersehen hier? Den Hund kann man nicht reden. Der gibt uns auch nichts extra. Hier war nichts mehr. Okay, ne. Hätte ja noch sein können, dass wir hier sowas Goldenes oder was Blaues übersehen haben. Ich sehe, wir haben auch gerade etwas über 300.000 Punkte, die können wir gleich mal ausgeben. Ja, ihr seht's wieder. Jetzt kommt wieder das hübsche Menü, wo ich meistens eher Zeit verbringe als im gesamten Spiel. Ja, 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 ja. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ansonsten müsst ihr halt eventuell eine Minute vorspulen. Keine Ahnung. Was nehmen wir denn jetzt? Irgendwas mit Sean wieder? Weiß nicht. Y, X, Y. Das ist eigentlich eine ganz easy Combo. Eigentlich schlecht zu merken. Hm, hm, hm. Eigentlich wäre sowas für Leben nicht ganz schlecht. Mehr Leben. Oh, dass man halt eher mehr einstecken kann, sozusagen. Kombos. Absorbiert Schaden von Treffern, äh. Ey, die erhaltene Gesundheit um 50%. Das klingt doch schon mal nice. Äh. Na, eins, eins können rausgeben, oder? 50.000, so. Ach, Leute, ich kann mich nicht entscheiden, ey. Häää. Häää. Das bringt ja das Momentum auch eigentlich nicht verkehrt, aber Munition für jede Waffe wäre auch nicht schlecht, aber ist alles gut, Mann. Ist doch scheiße. Nehmen wir das. Na, hier, weiche bis zur 5-Mann-Folge aus. Das holen wir uns, denke ich, mal bald als nächstes. Weil wir haben ja vorhin schon gesehen, das war ja auch ein bisschen knapp in der Action. Das ist das Teleportieren schon ganz gut, also... Ja, wie gesagt, Leute, ich spule es ein bisschen vor. Sorry dafür. Ähm. Jetzt komm, entscheide ich doch mal hier, Vaterpöldix. Na, komm. So, alles ausgegeben, weiter geht's. Lang genug getrödelt. Hm, hm, hm. Immer schon umgucken, immer schon umgucken. Hm, 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 hm. Oh, shit, du sagst das. Geht's jetzt weiter? Doch, da runter? Weiß ich gar nicht, kam er nicht von unten? Kam er von unten? Ich glaube, das war jetzt die Abkürzung, falls wir da runterfallen oder so, keine Ahnung. Aber wir sind schon... Ja, doch, er speichert. Wir sind also richtig. Mein, 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 meins, meins. Ja, mein Orientierungssinn ist manchmal nicht der beste. Ich gammel da manchmal zu lange in irgendeine Ecke rum. Was, was, der Feind, was? Wo, wo ist der Feind? Sag mir wo und ich kill ihn. Boah, wer hat denn grad... Was war das gerade? War das gerade Sam Guck mit seinem KMH oder was? Ich muss doch kurz hier erstmal die Hand langer hier platt machen. Oh, richtiger Magier hier. Wie so ein Hoppelhäschen hier. Alles klar, Bugs Bunny ist am Start. Boah, okay. Feige von hinten. Na, warte. Bleib doch mal stehen, ey. Ja, das gefällt dir doch. Zack, zack, zack. Wiii, ausgewichen. Nö, 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 nö. Ich war echt wie so ein Poppelhäschen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bleib doch mal stehen, ey. Da wird mich einer ärgern. Zack, komm, hier, ein Strich noch. Bye, bye. Du sagst es, bye, bye. Ausgang, sehr schön. Huh, die schlechte Leute hier sind viel Freak hier. So, was sind denn das für Leute? Oh, ho, 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 alles klar. Oh, scheiße. Na, voll die Selbstmordattentäter hier. Oh, man. Die haben schon so komisch aufgeleuchtet. Das Leuchten hat mich angezogen, wie so eine Motte zum Licht, ey. Ich renne da noch voll rein, ey. Hi, hi, hi. Gut, dass wir uns da die Upgrades gekauft haben, ey. Na, schon wieder diese Typen, ey. Ich bin auch so richtiger Blindfisch, richtiger Maulwurf. Ich meine, die Leute machen sich auch noch bemerkbar, Wix. Ich glaube, hier irgendwas mit Babaki, Babaki. Den hat mich so ein bisschen an Fast and the Furious, als der eine Neuling da an die Schule kam und die seine spätere Freundin meinte, von wem Babaki wäre eine andere Bezeichnung für, keine Ahnung, Hausschuhe oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr, egal. Come on, let's get him. Habt ihr Zeit für ein bisschen Spaß? Jetzt block doch nicht, komm. Boah. Das war jetzt nicht vorhersehbar. Ja, Babaki, Babaki, Babaki. Bleib mir bloß vom Leibe, ey, du Penner, du. Man muss doch treffen, hab ich gehört. Eieieieiei, wo bin ich jetzt? Okay, geimer Raum. Okay, alles klar. Nimm mich gerne mit. So, ich seh nix. Wo bin ich jetzt? Oh Gott. Ich seh nix. Muss um die Ecke, ich seh sonst nichts. Ah, okay. Nahkampf lieber. Lieber den Nahkampf. So, so, so. Ah, was jetzt? Ah, ich glaube, jetzt kommt. Ah, ja. Ah, ja. Na ja, schön austrinken, der Linksau, Mann. Wie der da sitzt, ey. Scheiße, nochmal, ey. Ah, war so ein Lacher gerade, geil. Voll auf die Hand gepisst. Komm, auf die Tür hier. Jawoll, Jackpot. Na, du alleine hier? Mensch, Mensch, Mensch. Das war nicht gut. Ah, jetzt hat er sich, jetzt hat er sich Verstärkung. Zack, hier. Oh. Ich hab eigentlich B gedrückt, aber egal. Oh, die Kamera manchmal echt, ne. Zählt einfach auf die Wand, obwohl ich die Typen eigentlich anvisiere. So, naja, gut. Ja. Komm. Bleibt doch gleich liegen, Leute. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Also. Ich komm auch rüber, Junge. Geht ja so gar nicht. Oh, ja, wieder diese Panzertypen, ey. Boah, ja, bitte zur Wand, ist ja... Ich seh nur rot, ey. Ich seh gar nichts. Einfach schlagen, einfach draufhauen. Diese Kamera, ey, geil. Meine, er sieht zwar den Gegner an, aber irgendwie voll komisch mit der Kamera, ey. Ist nicht so ganz, wie ich das haben will. Ich bin lieber ohne anvisieren, glaub ich. Da komm ich besser mit, klar. Junge, kannst du mal warten, bis ich da bin? Nicht so ungeduldig. So. Jetzt hab ich Zeit. Boah, hallo. Ich komm auch mal gleich mit Granaten. Hier, ein paar Oster für euch. Hier, hier, fangt, fangt, fangt. Springt für Daddy, springt für Daddy. Junge, Junge, Junge. Ist überhaupt noch am Leben? Der hat doch keinen Strich mehr. Alles klar, danke. Zack, 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 zack. Geht doch, geht doch. Neue Verbesserung verfügbar? Ja, später. Ich glaube, wenn man zack für wieder so'n fetten Boss fight. Ist ja lange her, hier. Du hast dich, als du brauchst, du brauchst ein paar Auge. Wie er da grad gehangen hat, ey. So, alles schon wieder voll hier, Mensch. So, zack. Tür auf. Was? Time to get slut? Was? Wie hast du mich genannt? Ah, die Kombos könnten mal ein bisschen besser sein hier. Wenn die mal nicht blocken würden. Hier, wieder ein paar Oste-Eier. Zack. Oh, ich sag ja, der rote Anzug macht sich doch, äh, ganz gut bezahlt, ey. Ich weiß gar nicht, ähm, kurz mal die Treppe hier runter, sonst wollen wir ja nichts übersehen hier. Na, guck mal. Zwei, fünf wieder weggesnackt. Easy peasy. Kann ja mal sein, dass dir irgendwie so mal hier und da ein Tausender fehlt. Lieber nix liegen lassen. Oh, was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Oh. Hier, der Zauber auf den Haus. Was war das denn jetzt? Ruckel ruckel und er kommt einfach hierhin, teleportiert, ey. Eieieieieieieie. Es geht doch hier nicht mit rechtem Ding zu. Ich werde hier wieder voll ganz beschissen. What the fuck? What the fuck? Why is this happening? Ah, we need to make a quick phone call. Peter, Deadpool, what the hell is High Moon doing to my game? Well, use the money I transfer to your account and patch this shit. Now! Mhm. Ähm, ja, ja. Ich geh mal kurz oben lang. Ich hör schon die komischen Selbstzerstörungstypen. Babaki, babaki. Ja, ist klar, ist klar. Wo kommt die denn alle her, ey? Oh, man, oh, man, oh, man. Mit dem letzten Fitzel-Leben überlebt man noch, ey. So, jetzt geht's aber los hier. Ja, ja. Aber nur ein bisschen. Ey. Mitten in der, äh, ist, ja, kein Kommentar. Während ich die Tür aufmache, kommt wieder irgendein Spaß hier an, ey. Was? Macherie, was? Macherie? Nee, nicht Macherie. Was heißt eigentlich Macherie? Ich glaub, mein Schatz oder sowas, ne? Äh. Okay, der war ein bisschen geizig, der Typ. Da müssen wir, glaub ich, später lang, ja, oder? Ist noch was? Ja. Nice, nice, nice. Meins, 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 meins. Komm, die Sonne ist voll. Babaki, babaki, jaja, oder Macherie, Macherie. Zack, ins Jenseits. Ui, 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 die können sogar rennen. Scheint's ja eilig zu haben. Hier, Osterei, zack. Haben sogar eine Wegmarkierung bekommen, da war grad ein Pfeil. Ist ja jetzt gar nicht allzu schwer, ist ja relativ gut vorgegeben, der Weg. Allzu viele Möglichkeiten gibt's ja nicht, so, zack, hier, fliege ein bisschen los. Fast 440.000 Punkte. Nice, nice. Babaki, babaki. Hier, fangt. Was schönes zum Spielen. Was schön meine ganze Munitionsverschwende hier. Na, oh shit, sagt doch noch. Ja, ja, wir werden hier sehen, wer die Wing-Quoschen tut. So, hast du mal abgewehrt, zack. Hör auf, zu, blocken. Nimm die Arme runter. Zack, hast der Kopf geplatzt, nice. Weg da, mit Brusten eh nicht. Siehst ohne besser aus. Zack, zack, zack. Keine Chance. Ah, ich liebe dieses Schadensmodell an Deadpool, ey. Sieht echt geil aus. Mit seinem zerfetzten Anzug. Ui, 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 ui. Ist da hinten der Partyraum, oder was? Okay, das war's schon, alles klar. Oh. Jetzt, ich glaube, Wake-Dance-Action. Ui, ui. Okay, das war, glaube ich, die falsche Richtung, scheiße. Ach, man, dieses Angriff ist so doof. So, lass mal der Schutz weg. Ja, und da wirst du einfach meine Kombo, ey, man. Das klang auch so, als wenn es ihm gerade richtig gefallen hat, ey. So, einsammeln noch. Ein bisschen Munition ist voll, alles klar. So, ich überlege gerade, ähm... Kaufen wir uns noch schnell was? Ansonsten, will ich mal den Part eventuell jetzt schon mal beenden? Ne, 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 ne. Ich muss mir mal vorher eine Liste machen, was ich mir als nächstes kaufe, ey. Fünfmal teleportieren, ne, ne, ne. Momentum, Schutz, alles geil eigentlich. Alles wichtig, so, mal teleportieren. Nice. So. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Alles klar, ne. Bis dann. Peace. Ciao, liebe Freunde, das war's dann auch leider schon mit der Folge. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du mich gerne links abonnieren. Rechts findest du die aktuelle Playliste und darunter halt, was du dir vielleicht sonst noch angucken kannst. Ansonsten, bis bald und peace. Boah. Ich bin.